Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen Himmel und Erde. Himmel und Erde, die müssen vergehen, aber die Musik bleibt bestehen. Ladet euch die Noten herunter, druckt sie aus und wer möchte, kommt her zum Mitspielen. Ihr seht hier die Noten vom Lied. Das Lied hat 3 mal 4 Takte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Man kann es auch als Kanon singen mit 3 einsetzen. Wenn der erste am Ende der ersten Linie ist, setzt der zweite ein und der dritte Einsatz ist, wenn der zweite mit der zweiten Linie zu Ende ist. Die Akkordfolge in jeder Zeile ist F, C, C7 und wieder F. Genauso F, C, C7 und F. Dritte Zeile F, C, C7 und F. Wir beginnen heute mit den Akkorden in der linken Hand und lernen danach die Melodie spielen. Die linke Hand spielt mit dem kleinen Finger das F und A, C. Das ist der erste Takt. Ich gehe runter in die C-Grundstellung und spiele den zweiten Takt. C, E und G. Jetzt C7. Der kleine Finger bleibt auf dem C und statt dem G spiele ich jetzt ein B. Und dann wieder der F-Akkord. Nochmal die Akkorde der ersten Zeile. F-Akkord. C, C7 und F. Die zweite und die dritte Zeile gehen ganz genauso. Drückt den Pausenknopf und spielt die Akkorde einige Male für euch alleine, wenn ihr soweit seid. Dann drückt auch weiter. Wir spielen die Melodie in der rechten Hand. Der Daumen liegt mit dem dritten Finger auf dem A. Drei, drei, zwei, drei, vier. Mit dem vierten Finger auf dem Ton B. Miteinander Takt eins und zwei. Drei, drei, zwei, drei, vier. Und nochmal mit Notendamen. A, G, A, B. Der Daumen streckt sich im Takt drei. C, D, E, F. Nochmal die ganze erste Zeile. Dritter Finger auf A. Zwei, drei, vier, eins, zwei. In der zweiten Zeile gehe ich mit dem vierten Finger auf das C2. Mit dem dritten Finger aufs B. C, D. Wieder B. A, B, C. Nochmal die zweite Zeile. Vierter Finger auf C. Vier, drei, vier, vier. Fünf, drei, zwei, drei, vier. Und die dritte Zeile. Jetzt komme ich an mit dem zweiten Finger auf dem A. Ich wechsle auf den dritten. Zwei, drei, vier. Und runter zum C. Nochmal die dritte Zeile. Ich komme an mit dem zweiten Finger auf dem A. Wechsle auf den dritten. Dann ist es wie in der ersten Zeile. Sorry, das war ein Ton zu viel. C, D, E, F. So, ihr spielt jetzt die Melodie allein in der rechten Hand. Ich begleite euch ganz leise dazu. Eins, zwei, drei. Und die dritte Zeile. Und dann bin ich auf dem anderen Finger auf dem den dritten. Und dann bin ich auf dem anderen Finger auf dem dritten. Denn ganz leise ich. Und dann bin ich dabei. Jetzt wechseln wir die Rollen. Ich spiele euch die Akkorde und ihr spielt die Melodie. Dritter Finger auf A. 1, 2, 3. Gut gemacht. Ihr spielt die rechte Hand und ich die linke Hand. In langsamem Tempo. 1, 2, 3. Gut gemacht. Das war Himmel und Erde. Ich hoffe, es hat euch viel Freude gemacht. Und happy playing. Bis zum nächsten Mal.